Hallo sehr und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Dice Throne Videos und dieses Mal wie versprochen soll es um die kooperative Variante gehen. Ja falls ihr dieses Video als erstes schaut, dann empfehle ich euch schaut bitte noch in mein erstes Video rein. Da geht es nämlich um die Regeln des normalen Dice Throne in der kompetitiven Variante. Das ist wichtig für dieses Video, weil man verstehen muss wie der Kampf funktioniert. Also wie funktionieren, funktioniert es die Aktionen einzusetzen, wie kann ich Karten einsetzen etc. Denn darauf werde ich in diesem Video nicht eingehen. Hier geht es darum wie diese kooperative Kampagne von Dice Throne Adventures funktioniert. Ja legen wir los. Ich habe mir gedacht wir machen es erstmal so, dass ich die Box aufmache und euch zeige an Material was alles dabei ist, um auch noch mal ein bisschen zu zeigen, wenn immer alle drüber reden, dass Roxley Games für hohe Produktionsqualität steht. Ja was das denn eigentlich bedeutet und dass er das so ein bisschen einschätzen können. So machen wir mal die Box auf. So da haben wir das Regelbuch. Dann haben wir einen Kampagnenbogen, in dem wir dann die verschiedenen Szenarien eintragen. Ja also da kann man sich ein bisschen rein fuchsen. Wird in den Regeln aber auch nochmal erklärt. Genau hier ist das Original. Diese Kopien waren von mir. Also die habe ich gemacht. Ja normalerweise habt ihr hier nur so ein so ein Scheat. So dann ein bisschen Werbung. Eine Box habt ihr für all die Zustände, die es gibt. Also Effekte, die genutzt werden können. Das sind alles neue Effekte oder zu großen Teilen neuen Effekte oder Effekte, die die Helden auch hatten. Aber damit man die aus den Hildentrays nicht rausnehmen muss, gibt es diese extra Tokens eine Menge. Aber keine Angst, auf der Rückseite der Spielregeln findet ihr eine Übersicht, was jeder Zustand macht. Ja aber trotzdem eine Menge. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn wir das Spiel häufig gespielt haben, musste ich trotzdem mal nachgucken. Also eine Menge Zustandstor. So dann haben wir hier eine Box mit den Standys. Es gab im Kickstarter auch die Möglichkeit, dass man Figuren kauft. Ich weiß gar nicht, wie teuer die waren. Könnte man glaube ich sogar angemalt nehmen. Mir reichen die Standys vollkommen aus. Ihr habt für jeden Helden hier eine Standy-Version drinnen. Genau, hier habt ihr dann die Füße. Dann haben wir hier die verschiedenen Health and Combat Points Tracker. Und in dieser Kampagne gibt es dann auch Gold, mit der wir uns dann Sachen kaufen können. Also einen Gold Tracker gibt es auch. Können wir auch schon mal welche hier mit rausnehmen. Und dann tonnenweise Würfel. Genau genommen 10 Würfel dieser Art, die dann für die Feinde genutzt werden. Dort sind entweder so eine Krallen-Symbole drauf, ein brennender Würfel bei der 6 oder bei 5 und 4. Oder eine Sonne habe ich immer genannt, wenn wir es gespielt haben. Also diese Würfel und die Loot-Würfel. Das sind 20-seitige Würfel mit der Möglichkeit, epischen Loot zu bekommen. Davon kriegt auch jeder Spieler dann in der Spielvorbereitung einen. Genau. So, also das ist dieses Tray. Dann ein weiteres Tray, in dem die Bosse drin sind. Zum einen haben wir hier die Übersicht, was die Bosse machen. Das kennen wir ja schon von den normalen Helden. Also hier sind die Spezial-Token, die der jeweilige Boss nimmt. Dann haben wir hier eine Loot-Tabelle. Da sieht man dann immer vorne, welchen Schatz man hat. Dann kann man Würfel mit dem 20-seitigen Würfel und dann wird angezeigt, welchen Schatz man bekommt. Das ist die Marktkarte, wo dann eingekauft wird. Hinten nochmal ein bisschen Flavortext mit dazu. Das schauen wir uns nachher an. Und hier hat dann jeder dieser Bösewichte oder Bossgegner hat dann wie die Helden eine Seite. Aber das gucken wir uns dann ganz genau an, wenn wir uns mit dem Bosskampf beschäftigen. Ja, und das letzte Tray. Zack, das sind noch die Kickstarter-Promos. Da haben wir nochmal eine Riesenbox. So, das ist so eingeteilt. Hier oben sind die Plättchen für den Dungeon. Hier sind die verschiedenen Loot-Karten, je nach Kategorie. Hier sind die Bosskarten und hier hinten sind die Minions und die Szenarien, auf die wir treffen. Das sind solche großen Karten. Alles, was hier noch eingeschweißt sind, das sind die Legacy-Karten. Nämlich, wenn man die Kampagne einmal durchgespielt hat, gibt es die Möglichkeit, sie nochmal in einem Legacy-Modus durchzuspielen. Dazu werde ich euch aber nichts verraten. Ich möchte euch ja nicht Spoiler. Gut, das ist alles in der großen Box. Wir gehen jetzt die Sachen mal nach und nach durch, damit wir auch so allgemein ein vernünftiges Bild bekommen. Und das hier nicht mit einer riesengroßen Distanz ausfilmen müssen. So, bevor wir jetzt loslegen, müssen wir uns nochmal bewusst machen, um was für ein Spiel handelt es sich hierbei eigentlich. Ja, also Dice Throne Adventures ist ein kooperatives Kampagnenspiel, in dem wir über acht Szenarien, oder sagen wir so mindestens acht Szenarien, versuchen den Mad King zu besiegen. Dabei ist es so, dass es zwei verschiedene Szenarienarten gibt, die sich immer wieder abwechseln. Die Szenarien 1, 3, 5 und 7 sind immer sogenannte Portal Crawls. Ich werde euch gleich so ein Portal hier mal aufbauen. Das heißt, dort gehen wir durch, Dungeon Crawler Artic, sage ich jetzt mal, bekämpfen Minions, die liegen schon hier drüben. Ja, und dann am Ende werden wir immer in den Szenarien 2, 4, 6 und 8 den Kampf gegen einen Boss kämpfen. So, ja, und was ist noch wichtig zu merken? Wenn wir uns hier das Adventure Sheet angucken, dann stellen wir schnell fest, oh, hier stehen ja viel mehr Sessions. Ganz genau, wenn wir nämlich verlieren, dann müssen wir unsere jeweilige Session, Session, gut aus Deutsch, Englisch, wiederholen. Und zwar wird das dann hier alles eingetragen mit bestimmten Werten, die ihr dort in Summe habt. Hier oben tragt ihr euren Teamnamen ein, dann die jeweiligen Spielernamen und die Helden. So, und dann entscheidet ihr euch für eine Schwierigkeit. Ich empfehle am Anfang vor allem erstmal, die normale Schwierigkeit zu nehmen. Hier könnt ihr dann noch so ein bisschen was anpassen. Veteransschwierigkeit. So, Szenario Score 20, den haut ihr dann hier oben rein. Den habt ihr dann immer auf Verrechnungsbasis. Hier oben mit rein. Hier würdet ihr dann normal eintragen. So, also das heißt, wir müssen immer einen Portal Crawl schaffen, um dann die Berechtigung zu bekommen, zum nächstgelegenen Boss gehen zu können. Und dann gibt es halt diesen Bosskampf. So, dass es auch total sinnvoll ist am Anfang, wenn wir zunächst einmal uns anschauen, wie ein Portal Crawl funktioniert. Und dann werde ich auch einen Timestamp setzen, zeige ich euch, wie ein Bosskampf in Summe abläuft. Aber ihr müsst euch einfach merken, es gibt diese zwei Arten und die wechseln sich immer ab. Und wir müssen die eine schaffen, bevor wir dann zur nächsten übergehen können. Was ich jetzt hier nicht liegen habe, ist unser Held. Oder unsere Heldin. Ich werde euch das zeigen aus der Sicht von zwei Personen. Ich habe mir wieder Pyromanen und meinen Paladin rausgesucht. Wir werden das mit zwei Helden schaffen oder darstellen. Ja, auf den Portal Crawl-Karten und auf vielen anderen Karten steht immer mal wieder skalierend nach der Spielerzahl, wie sich das in Summe dann anpasst. Also da dann müsst ihr dann jeweils, wenn ihr dann zu dritt, zu viert oder Solo spielt, müsst ihr die Werte gewissermaßen in Summe anpassen. Aber die Helden habe ich jetzt hier nicht liegen, damit wir einfach nicht so eine riesen rausgesumte Ansicht haben müssen. Die Helden kennt ihr ja schon aus dem ersten Video. Allgemein gilt auch hier am Anfang zwei CP für jeden Charakter und vier Karten. Also so können die sich erstmal grundsätzlich vorbereiten. Genau. Wenn wir jetzt einen Portal Crawl machen, was machen wir grundsätzlich? Also die Tokens liegen oben aus, habe ich hier schon liegen. Die Minions mischen, einen Combat Point Tracker hinlegen, gegebenenfalls auch mehr. Das erkläre ich euch gleich, warum wir da auch vielleicht mehr brauchen. Und hier könnt ihr immer entweder Combat oder Helps, die Helps auf die andere Seite legen. Also es könnte sein, dass ihr auch mehr braucht, wenn mehrere Minions gleichzeitig im Spiel sind. Genau, ja, die Szenario-Score-Karte können wir dann erstmal wegpacken. Ja, und dann zeige ich euch, wie man so ein Szenario im Sinne aufbaut. Ihr habt auch so eine großen Szenario-Karten. Ihr seht, auch mit den verschiedenen Nummern. Allgemein ist es so, jeder Portal Crawl hat vier Karten, sodass ihr dort eine zufällig zieht und dann dadurch auch immer ein bisschen Abwechslung habt. Die Bosskarten, das wäre jetzt ja hier Stufe 2 während Bosskampf. Stufe 4 während Bosskampf. Die sind einzeln, da gibt es nur eine einzige Karte. Also da ändert sich an der Szenario-Voraussetzung erstmal nichts. So, ziehen wir jetzt einfach mal hier eine Karte. Und diese zeigt uns jetzt, wie wir diesen Portal Crawl aufbauen sollen. Gut, schauen wir uns die Karte mal ein bisschen im Detail an. Hier in der Mitte sehen wir gleich, wie wir unseren Portal Crawl aufbauen müssen, also unsere Karte. Die 1er-Plättchen zeigen dann an, wo die leichteste Schwierigkeit ist, sozusagen die 1er-Minions. 2er dann höher, 3er und dann haben wir hier hinten eine Karte, das ist das Endstück. Wir fangen immer bei dem roten Plättchen an. Beim Endstück sehen wir, da ist ein Würfel abgebildet und wir müssen die 3 Teile einsammeln. Ich kann euch mal hier einen mit dazu legen. Zack, genau. Das sind diese kleinen Teile. Die liegen hier auf dem Feld, auf dem Feld und auf dem Feld. Und wenn wir alle 3 haben, dann können wir hier auf das Feld gehen und dann können wir den 4er-Minion besiegen, um dann zum Bosskampf in Szenario 2 voranzukommen. Also so sind die Szenario-Ziele immer die gleichen. Diese 3 Symbole einsammeln. Dabei ist es unwichtig, ob wir uns entscheiden, noch weitere Sachen aufzusammeln. Ja, also hier zum Beispiel wäre eine Schatztruhe 1, Schatztruhe 2, noch eine Schatztruhe 2. Hier gibt es die sogenannten Solves. Ja, was sind Solves? Ja, in gewisser Weise halt Salben. Und hier unten wird angegeben, was uns eine Salbe bringt. Also eine Salbe heilt 3 Gesundheit plus 1 für jeden Teil dieses Portals von diesen 3 Tokens, den wir bisher eingesammelt haben. Also da lohnt es sich dann halt auch später die Solves zu nutzen, wenn man schon mehrere eingesammelt hat, weil man dann halt einen höheren Heileffekt hat. Oder wofür man die Solves auch einsetzen kann, ist, wenn ein Teammitglied niedergeschlagen wurde, dann kann man ihn mit einer Gesundheit von 1 wiederbeleben. Hier oben steht das Hero Setup. Hier schaut ihr je nach Spielerzahl. Wir sind jetzt zu zweit. Das heißt, jeder Held startet mit 18 Gesundheit. Insgesamt hat die Gruppe 2 Solves. Also die hat man nicht persönlich, sondern hat die Gruppe. Und wir starten mit 10 Gold. Hier steht dann die Endbedingung. Was dann passieren soll, wenn wir verlieren, wird das abgehandelt. Wenn wir gewinnen, wird das abgehandelt. So, und dann gibt es noch sogenannte King's Hand Token. Zu denen komme ich dann später noch. Starting Tokens shown on the Minions. Also wenn die Minions anzeigen, dann kriegen sie welchen. Maximal können sie ein Token pro Runde einsetzen. Und Erfolg bei dem Würfelwurf, den sie dann machen müssen, das erkläre ich euch später, wäre in dem Szenario bei 4 bis 6. Ja, das kann sich dann halt auch von den Szenarien her ändern. So, jetzt habt ihr einmal so eine Portal Crawl-Karte gesehen. Ich baue euch das jetzt mal auf und erkläre dann nochmal in der großen Ansicht, wo was hier und warum wo liegt. So, hier seht ihr jetzt erstmal alles aufgebaut, so wie es auf unserer Karte halt auch zu sehen war. Ja, also wir sehen hier, dass wir diese Schatz Token Links haben. Hier haben wir die beiden Sorfs, die wir erhalten haben. Oben dann die 10 Gold. Ja, und hier auch die verschiedenen Stücke, die wir halt finden müssen. Und jedes Mal, wenn wir einen dieser Token halt dann auch finden werden, dann legen wir diese dann hier so drauf. Ja, und erinnern uns dann daran, dass wenn wir eine Solve nehmen, also eine Salbe nehmen, um uns zu heilen, dass wir dann für jedes Teil des Stück des Würfels, welches wir dort liegen haben, um ein weiteres heilen, so wie das in der Szenario-Karte angegeben wurde. Ja, also so hier mal die Sicht von unten, aber den Rest werde ich euch jetzt erstmal wieder von der Draufsicht erklären. Unsere Helden stehen, wie eben gezeigt, hier auf dem Beginnfeld. Und um herauszufinden, wer anfangen darf, nehmen wir einen dieser, oder ja, jeder nimmt seinen, denn jeder hält so einen Schatzwürfel, dieser D20. Und wer die höhere Zahl hat, ist derjenige Spieler, der hier als erstes loslegen darf. Der Rundenablauf ist dabei ziemlich einfach. Als allererstes dürfte ein Held eine Salbe nehmen, um sich damit zu heilen, wenn denn welche noch im Teamvorrat übrig sind. Das hat man immer als erstes die Möglichkeit. Dann hat man als zweites die Aufgabe, sich zu bewegen. Wichtig ist, man muss sich bewegen. Man darf in diesem Spiel nicht stehen bleiben. Und die Regeln des Bewegens sind auch ziemlich einfach. Man kann sich immer zum nächsten, nicht aufgedeckten Plättchen bewegen. Hier am Start ist das natürlich sehr einfach. Nehmen wir mal das Beispiel. Unser Paladin wäre jetzt als erstes dran, würde auf dieses Feld gehen. Dann wird dieses umgedreht. Oben links würde angegeben werden, wenn es hier etwas für die Helden geben würde. Nehmen wir mal dieses Plättchen als Beispiel. Oben links würde stehen, wir erhalten, zack, machen wir es mal so, ein Gold, zack, Tracker. Dann Active Player discards a positive status effect, wenn er so ein Stand liegen hat. Und erhält zwei nicht verteidigbaren Schaden. Bei der Toll Bridge ist es so, zieh einen Zweier-Monster oder bezahle alternativ drei CP aus deinem Pool und nehmen dafür ein grünes Monster. So, ja, also das steht all hier ganz einfach mit drauf. Ihr müsst euch also bei den Portal-Karten hier merken. Oben links steht immer, was die Helden bekommen. Das sind CPs meistens. Ja, oder man kann mal eine Karte ziehen oder ganz besonderen Fall vielleicht sogar mal eine Solve erhalten. rechts steht, welcher Minion spawnt. Ihr könnt davon ausgehen, auf 90% dieser Plättchen spawnt auch ein neuer Minion. Also ist das jetzt nichts unüblich. Normalerweise kann man sich nur merken, bei Stufe 1 kommen eigentlich in der Regel Stufe 1-Monster. Das ist hier bei diesen Plättchen dann schon eine Sonderbedingung. So, also ziemlich einfach. Man kann sich auf ein anderes, noch nicht aufgedecktes Feld bewegen. Welche Bewegungsmöglichkeit gibt es noch? Gehen wir mal zurück. Zack. Sagen wir jetzt mal, der Paladin wäre hier hingegangen. Wir hätten ein Monster gezogen von hier oben. Was es damit auf sich hat, da komme ich dann gleich zu. Aber dieser würde sich jetzt im Kampf befinden. Dann ist die zweite Möglichkeit, dass man sich auf ein Feld bewegt, welches aufgedeckt ist. Aber die Bedingung ist, dass dort gerade ein Kampf läuft. Dann kann man sich nämlich diesem Kampf anschließen. Das ist auch das, was man die meiste Zeit machen wird, um gemeinsam sich diesem Gegner zu stellen. Also ganz einfach. weil unaufgedeckt oder halt auf dieses Feld. Das heißt, alle anderen Felder, die jetzt hier dazwischen liegen, aber schon aufgedeckt sind und dort kein Kampf stattfindet, werden einfach übersprungen. Kann ich gleich sagen, das ist natürlich super unthematisch. Ja, das heißt, diese Felder, wie sie hier auslegen, haben nicht ansatzweise die Bedeutung, wie man das von anderen Crawlern oder was auch immer kennt, wo man sich ja dann doch entscheiden muss, wo geht man jetzt genau lang und wie bewegt man sich. Klar habe ich hier auch die Entscheidung, wie ich mich bewege. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel hier dieses Feld entdeckt hätte und dann hier hin wollte und dieses Feld wäre auch schon aufgedeckt, dann springe ich einfach direkt hin, anstatt dass ich irgendwie einen anderen Weg gehen muss. Genau. Jetzt habe ich hier schon ein Plättchen weggenommen. Wenn nämlich hier so ein Plättchen draufliegt, dann habt ihr hier einen Schatz. Und dann nehmt ihr diese Schatztabelle, die ich euch vorhin schon gezeigt habe. Zack. Diese hier. Schaut bei Grün in dem Fall. Würfel mit einem Würfel. Grüne 3 ist nicht so toll. Dann würdet ihr dieses Plättchen bekommen. Das ist ein Statuseffekt, den ihr abgeben könnt und dann plus 2 Damage auf euren aktuellen Angriff geben könnt. Ja, und wenn ihr dann hier besser würfelt, gibt es dann hinten sogar irgendwelche Karten. Also das ist dann immer das Ziel, dort möglichst hoch zu würfeln. Bei der Bewegung ist noch wichtig, dass wir nicht diagonal springen können. Aber ich denke, das ist ziemlich logisch bei dem ganzen Ablauf, wie ich ihn euch eben schon gezeigt habe. Ja, das Erkunden der Plättchen habe ich ja auch schon erklärt. Also umdrehen, erst oben links gucken, was man bekommt, dann rechtszeit, welches Monster kommt und dann halt die Effekte, die dort oben stehen. So, jetzt normalerweise, wenn wir ein neues Feld aufdecken, dann kommt es natürlich auch zu einem Kampf und dann müssen wir sozusagen eine Karte bereit machen. Fangen wir einfach hier mal mit einem einfachen Monster an. Grünes Monster und das wäre der Lost Swordman. So, gucken wir uns auch mal diese Karte genau an. Oben steht die Stufe 1, dann der Name, hier die Grafik, eine Gesundheit von 11. Das heißt, wir würden unseren Health Tracker nehmen und diesen auf die 11 einstellen. Dann würde man hier gucken, wie viel Combat Points hat er. Dieser hat 0. Diese Combat Points haben eine besondere Regel bei den Schergen. Das ist nicht ganz so wie bei uns. Das heißt, das macht ihn nicht unbedingt ungefährlicher, nur weil er keine Punkte hat. So, dann steht hier unten sein Roll Objective. Das heißt, das ist das Ziel, was er werfen möchte. Fünfmal die Krallen. Die Krallen gibt es dreimal auf jedem Würfel. Das heißt, pro Würfel haben wir eine 50% Chance, diese Kralle zu würfeln. Sein Ziel ist es, mit den drei Würfelversuchen, ganz normal wie auch bei den Helden, diese fünf Krallen zu schaffen. So, dann steht hier, was passiert bei welchen Symbolen. Also schafft er es dann am Ende nach den drei Würfelversuchen, drei Krallen zu würfeln, macht er fünf Schaden. Bei vier, sechs und bei fünf, sieben. Wenn wir gar nichts schaffen, also weder, also sagen wir mal, wir hatten nur zwei Krallen, dann passiert bei diesem Helden konkret nichts. Wenn er angegriffen wird, das wird hier unten rechts angezeigt. Das ist sein Verteidigungswurf. Es gibt aber auch andere Bösewichte, wie zum Beispiel ihn hier. Die haben hier so Passivfähigkeiten stehen. Und da steht, at the start of your turn, gain two CP. Also der würde ja allgemein schon mit 14 und 5 starten. Das heißt, er würde jedes Mal zwei CP bekommen. Und wenn sein Offensivangriff scheitert, also er nicht das bekommt, was er will, er möchte ja eine kleine oder eine große Straße, dann bekommt er einen weiteren CP. Und die CP werden bei ihm eingesetzt, nämlich füge den halben CP Damage durch, den du jetzt hier im Pool hast. Also der wäre jetzt aktiviert worden, dann hätte er schon sieben, wird aufgeruhen. Das heißt, dann macht er vier Schaden und bei einer großen Straße würde er komplett den Schaden durchhauen. Also der arbeitet halt schon mit den CP. Hier unten seht ihr den Reward. Hier würde es einen Schatzwürfelwurf geben auf der blauen Skala. Ja, so und dann haben wir hier oben noch ein Symbol, das kann ich gleich auch noch mal mit erklären, nämlich First Strike. Wenn es jetzt zu einem Kampf kommt, dann ist es eigentlich so, dass die Helden als erstes daran sind. Hat der Bösewicht einen First Strike? Könnt ihr euch schon vorstellen, ist der Bösewicht als erstes dran. Gut, gehen wir wieder in die normale Sicht. Wenn es nun zu einem Kampf kommt, gucken wir als erstes dann auf die ganzen Stats, passen das hier an. Also für unseren waren das ja elf Gesundheit, null Combat Points und wir schauen dann auch noch mal, ob es hier einen First Strike gibt. Gab es bei dem nicht. So, dann ist es so, dass wieder die Möglichkeit besteht, eine Salbe auszugeben, um sich zu heilen, entsprechend der Szenario-Bedingung. So, wenn First Strike wäre, wäre jetzt der Gegner dran, haben wir in dem Fall nicht, das heißt, der hält es dran. Und da verweise ich jetzt auf das erste Video, denn das wird komplett so abgehandelt, wie es eigentlich, ja, in den normalen Regeln bei einem Mensch-gegen-Mensch-Duell stattfinden würde. Wichtig ist, eine Zielsuchaktion brauchen wir nicht, denn das Ziel ist ja direkt vor Ort. So, dann kommen wir, nachdem der Held dran war und man Schaden zugefügt hätte, den hätte man dann hier beim Tracker reduziert, ich denke, das ist alles total logisch, dann ist der Gegner dran, ja, das Minion. So, der guckt als erstes natürlich auch wieder, gibt es irgendwelche Effekte, also wie in dieser Upkeep Phase, die abgehandelt werden müssen, hat zum Beispiel der Pyromanien angezündet, brennet er, dann erhält er jetzt seinen Schaden für das Brennend. dann würfelt er mit seinen fünf Würfeln entsprechend des Ziels, welches er unten stehen hat und, genau, versucht dann halt seine Ziel zu erreichen. Eine Sonderbedingung habt ihr natürlich, wenn es darum geht, dass eine Straße gewürfelt werden soll, denn da stellt sich ja dann schon die Frage, okay, welche Zahlen bleiben liegen? Logischerweise bleiben alle Zahlen liegen, die zusammen eine Straße schon bilden, also hier im Beispiel zum Beispiel haben wir eine 2, 3, 4 und 5, die bilden schon eine kleine Straße, die 2, die können wir nochmal neu würfeln, weil wir haben ja bereits eine. In dem anderen Beispiel haben wir eine 3, 4, 5, 6, die bilden sozusagen schon eine kleine Straße, deshalb bleiben die alle liegen, aber die 1 kann neu gewürfelt werden, die bringt uns ja hier nichts, wir hoffen, dass wir noch, oder eigentlich hoffen wir es ja nicht, aber der Minion hofft darauf, noch eine 2 zu bekommen. So, im Sonderfall ist hier der letzte Fall, wir haben eine 2, 4 und 5, die bleiben sogar liegen, aber die 1 und die 6, obwohl die 6 ja mit der 4 und 5 auch schon nah dran ist, an einer kleinen Straße, die müssen neu gewürfelt werden, das ist nicht unsere Entscheidung, sondern das muss so gemacht werden, denn die KI hofft sozusagen darauf noch eine 3 zu bekommen, um zumindest eine kleine Straße zu haben und das ist ja die Notwendigkeit in jede der beiden Richtungen für eine kleine Straße und deshalb muss dieses Ziel hier verfolgt werden, ja, das verinnerlicht man einmal und dann hat man das eigentlich gut drauf. Nachdem die Minions jetzt also gewürfelt haben, schaut man halt, was sie am Ende bewirkt haben und führt den Schaden halt aus oder das, was halt dort steht und wie eben schon gezeigt, hätten sie einen passiven Effekt, wenn sie es nicht geschafft hätten, dann würden sie ihren passiven Effekt durchführen. Ziel ist immer eigentlich der Held, außer steht was anderes da, aber eigentlich kann ich mich nicht daran erinnern, dass das mal vorkam, also Ziel ist immer der Held, der vorher mit seiner Aktivierung dran war, also der sich irgendwo hinbewegt hat und den Kampf mit bewirkt hat. Wenn ich mich also dazu bewege in der Runde drauf, sagen wir mal, der Paladin kämpft schon gegen ihn und der Pyroman kommt noch mit dazu, dann ist in dieser Runde dann der Pyroman das bevorzugte Ziel, das heißt, da wechselt der Minion immer wieder zwischen den Helden, je nachdem, welcher vor ihm dran war. Ist der Angriff verteidigbar? Das ist bei ihm hier der Fall. Alle seine drei möglichen Angriffe sind verteidigbar, dann darf der Held natürlich noch seinen einen Verteidigungswurf machen, ganz normal, wie es auch im Duell ist, Mensch gegen Mensch. Wenn jetzt der Held und der Minion am Ende des Kampfes noch am Leben sind, dann ist das Rundenende. Wenn der Minion tot ist, dann erhält man halt diesen Reward. Hier würde man wieder würfeln, zack, auf die grüne Tabelle gucken, wären wieder die plus zwei, gut, dass ich heute nicht spiele bei meinem Würfelglück und dann geht's weiter und der nächste wird aktiver Spieler. Was passiert aber, wenn der Held den Kampf verloren hat? Also wenn der Scherge ihm in dieser Runde so viel Schaden gegen hat, dass er ausgenockt wird? Also wenn möglich, nehmen wir noch eine Solve und versuchen das Ganze abzuwenden. Ist keine mehr übrig, dann können wir das Szenario neu starten mit den ganzen Reset-Regeln, die ich euch nachher noch erkläre. So, eine Sache habe ich hier noch vergessen, die ich euch ganz gerne noch mitgeben möchte. Nämlich, wenn ihr besser würfelt als ich mit dem Loot-Würfel und sagen wir mal, wir wären in der grünen Zeile und sagen wir mal, wir hätten jetzt hier irgendwie eine 20 von mir aus gewürfelt, dann würden wir eine blaue Rare-Karte erhalten. Also allgemein könnt ihr sagen, grüne sind die einfachsten Loot-Karten, dann kommt blau, dann kommt Epic und Legendary. Ihr seht, da muss man schon richtig gut würfeln, um an so eine Legendaries ranzukommen, die dann aber natürlich auch mit den mächtigsten Upgrade-Karten sind, die wir im Spiel so bekommen können für unser Deck. Wie läuft das jetzt ab? Wenn wir also jetzt diese 20 gewürfelt haben, dann nehmen wir hier wieder unser Tray und ihr seht es hier an den Buchstaben, hier hinter liegen sozusagen die Cs, hier die Rares, hier die Epics, hier die Legendaries und dann ziehen wir verdeckt, und das ist wichtig, eine Karte und packen die unter den zweiten Stapel, wenn sie blau ist. Ja, also das können wir uns gut merken. Also Loot, den wir bekommen haben, der grün ist, packen wir hier drunter, blau hier, Epics hier und hier die Legendary Cards. Warum ist das wichtig? Nämlich, wir wissen ja nicht, was drunter ist. Wir sollen uns aber später merken, welchen theoretischen Wert diese Karte hat. Ja, also wenn wir die jetzt alle mischen würden und wir müssten dann am Ende entscheiden, welche Karten wir blind behalten und welche nicht oder welche sich lohnen würde, die sich erstmal anzugucken, denn wir müssen sie identifizieren, wie ihr es vielleicht von einigen Computerspielen kennt, dann wäre es sehr unglücklich, wenn wir sie mit den einfachen Common Cards vermischt hätten. Also ja, dass wir uns eine Hilfe hier drunter packen, halt jeweils unter den Aspekt dort, wo es euch dann halt helfen kann, dass ihr später wisst, welche Stärke diese Karte potenziell hat. So, manche Monster, vor allem die schwierigeren später, haben hier so ein Würfelsymbol. Das ist die sogenannte King's Hand und dieser King's Hand Token auch symbolisiert hier halt durch dieses Blättchen, der ist sozusagen die Comeback-Fähigkeit der Gegenspieler. Was die genau können, das steht ja nochmal, wenn wir uns erinnern, auf der Szenario-Karte. Hier steht Starting Token so, wie das halt auf den Karten angegeben ist. Also hätten wir jetzt hier die Emperor Cobra gezogen, hätte sie einen, sie darf maximal einen in diesem Szenario einsetzen pro Runde und ist erfolgreich bei einem Würfelwurf von 4 und 6. Wann nutzt sie jetzt diesen King's Token? Dieser wird genutzt in zwei möglichen Fällen. Der erste mögliche Fall ist, sie konnte ihre Fähigkeit nicht aktivieren, also sie hat es nicht geschafft, ihr Würfelziel zu erfüllen. Dann würde sie diesen Token einsetzen, das heißt, als allererstes würden alle nicht dauerhaft negativen Effekte von ihr entfernt werden und dann würde sie mit einem W6 würfeln und wenn dieser dann eine 4, 5 oder 6 so wie das Szenario hier angibt, dann wäre es ein Erfolg und dann dürfte sie eine erneute Offensivwürfelphase mit allen drei Würfelwürfen durchführen. Deshalb sage ich ja Comebackfähigkeit. Eine andere Möglichkeit ist B sozusagen diesen Token einzusetzen, nämlich dann, wenn einer der Helden einen Ultimate Attack initiiert hätte, also wenn einer 5, 6 hätte und seinen ultimativen Angriff, der ja eigentlich nicht verteidigbar ist, auslöst. In der kooperativen Variante ist er verteidigbar, nämlich auch wieder ein W6 würfeln, gucken bei 4, 5 und 6 Erfolg, ein W6 des Helden muss neu gewürfelt werden. Hat er dann wieder eine 6 gewürfelt, sodass er wieder auf 5, 6 insgesamt kommt, dann darf er wieder den Ultimate triggern und wir haben ja an der Szenario Karte gelesen, in diesem Szenario dürfte der Scherge nicht nochmal einen Kings Token einsetzen, auch wenn er noch einen besitzen würde. So, jetzt kennt ihr eigentlich die Regeln für einen Portal Crawl. Ja, also ihr lauft hier einfach diese Felder ab mit dem Ziel, diese Plättchen einzusammeln. Habt ihr alle 3, wird dieses Feldchen umgedreht, wenn ihr euch drauf bewegt, die Helden würden jeweils 2 CP erhalten und 3 Gold und dann steht hier 4er Monster spawned und it begins with 1 additional Kings Hand Token. Ja, also einfach immer lesen, was hier steht, habt ihr das geschafft, dann kommt ihr an einen Bosskampf und wie der funktioniert, das zeige ich euch jetzt. So, auch hier gilt beim Boss Battle, gucken wir uns zunächst erstmal die Szenario Karte an. Wir sehen hier oben, das ist Szenario 2, The Fallen Barbarian, also das ist der erste Bosskampf, auf den ihr trefft, nachdem ihr das erste Szenario, also den ersten Portal Crawl erfolgreich beendet habt. Oben in der Ecke sehen wir wieder, wie unsere Helden ausgerüstet werden sollen, in dem Fall ist es einfach, egal wie viele Helden am Spiel Zahl nehmen, wir hauen unseren Gesundheitstracker auf 50. Das Besondere im Bosskämpfen ist, dort teilen wir uns einen Gesundheitstracker, also nicht wie bei den Portal Crawls, wo jeder seinen eigenen hat, hier haben wir einen zusammen und wir teilen die Gesundheit um 50. So, dann gucken wir auf das Boss-Setup. Der Boss erhält eine Gesundheit von 70 in unserem Fall bei zwei Spielern und erhält Upgrade-CP im Wert vom 8. Was es mit den Upgrades auf sich hat, zeige ich euch gleich. Die Starting-CP danach wird auf 2 gesetzt, das merken wir uns und hier steht auch wieder, wenn wir verlieren, erhalten wir diese Sache, wenn wir gewinnen, erhalten wir diese Sache. So, und hier haben wir auch nochmal sehr schön den Kings-Token mit unten erklärt, auch hier wieder mit wie vielen Kings-Token startet der Boss, je nachdem, welche Spieleranzahl wir hier haben. So, schauen wir uns die Sache mal aus der Nähe an. Diese Boss-Gegner sind genauso aufgebaut wie unsere Helden. Sie haben hier ihre verschiedenen Fähigkeiten, hier eine Defensivfähigkeit, sie haben keine passive, aber halt dann sieben Angriffsfähigkeiten hier in der Mitte halt ihren ultimativen Angriff. Hier haben wir die Gesundheit schon auf 70 draufgepackt und wir haben acht Combat-Points für den Anfang, mit denen wir dann den Helden upgraden. Nämlich, jeder Bösewicht hat auch ein Deck. Das eine Deck sind Abilities, die können wir dann schon mal mischen, zack, und hier an die Seite legen, die werden dann immer gleich gezogen und dann gibt es noch Upgrade-Karten. So, und die nutzen wir jetzt am Anfang, mischen die und ziehen diese. So, zum Beispiel hier unhinged, zwei unhinged ist hier, kostet ein CP, das heißt, wir legen die Karte, reduzieren die CP um eins. Nächste Karte, Lobo, auch für eins, zack. Und ihr müsst diese Karten immer nehmen, wenn sie bezahlbar sind und wenn es dort noch ein sinnvolles Upgrade gibt. Also, wenn es jetzt hier zum Beispiel, wir hätten drei schon liegen und haben die zwei gezogen, dann würden wir das Upgrade nicht machen, dann würden wir die Karte ablegen und ihr würdet weiterziehen. So, Pain and Response haben wir auch. Zack, hier Smackdown 3, das passt ja ihm auch ganz gut. So, er hat noch zwei. So, Overload 2 haben wir auch noch nicht. Eins und Skullbash 1, ja, das lief ja optimal für ihn. so, dass jetzt seine kompletten Combat Points aufgebracht sind. Die Upgrade Karten dieses Bösewichts oder dieses Bosses könnt ihr zur Seite legen, da kommen jetzt keine mehr ins Spiel. Und jetzt packen wir die zwei CP wieder drauf, die ja dort standen. Das sind seine zwei CP, mit denen er dann in den Kampf startet. So, damit habt ihr jetzt den Boss soweit vorbereitet. Wie läuft jetzt also ein Bosskampf ab? Zunächst wieder die Möglichkeit, eine Salbe zu benutzen. Hier steht dann auch nochmal, können wir nochmal gleich gucken, bei dem Szenario unten steht, wir erhalten sechs Gesundheit jedes Mal, wenn wir eine Salbe benutzen. Also diese Möglichkeit haben wir, wie auch beim normalen Kampf hier als erstes. Dann ist der Heldenzug. Wie üblich, wie er es aus dem normalen Die Strongs kennt, handelt ihr euren Angriff ab. Dann ist der Boss dran. Zum Anfang wieder Upkeep Phase für den Boss, das heißt, legen hier irgendwelche Token, wie zum Beispiel er ist brennend, dann den Schaden ausführen. Ja, das macht man immer gleich zu Beginn. Dann erhält dieser ein CP und zieht eine Karte. So, hier gucken wir dann als allererstes, kann er diese Karte ausführen? Die kostet zwei CP. Er hat die CP, also kann er sie ausführen. Oben rechts auf der Karte steht, was der entsprechende Held, der jetzt davor dran war, der auch jetzt ja auch verteidigen muss, wenn möglich, der erhält einen CP. So, die Karte kann bezahlt werden, also muss sie auch ausgeführt werden. Und hier steht, the active player receives three undefendable damage, also Spezial Damage. Also da kann er jetzt nichts wirklich gegen machen, außer er spielt irgendwie noch eine Karte dagegen. Und ganz wichtig ist, ganz unten steht, welches Ziel verfolgt jetzt der Boss in dieser Runde mit seinen Würfeln. Ja, also wir sehen hier zwei Krallen und sechsmal, äh, zwei Krallen und dreimal rot. So, die Karte können wir hier an die Seite legen, um uns daran zu erinnern, was das Würfelziel ist. Auch hier gilt allgemein, hier stand gerade Mainphase, wir befinden uns sozusagen gerade in seiner Mainphase, deshalb wird diese Karte hier abgehandelt. Es gibt auch welche, wo dann steht, dass diese in der Angriffswurfphase genutzt werden kann, diese Fähigkeit. Ja, da guckt er einfach ganz normal drauf, so wie er das auch vom normalen Dice-Throwen kennt. So, dann werden die Würfel gewürfelt, auch mit fünf Stück und es wird halt probiert, das Würfelziel zu erreichen. Jetzt mal mit dem ersten Wurf schon mal das. So, okay. Das wäre jetzt unser Endergebnis. Nicht ganz das, was geschafft werden sollte. So, was wird jetzt also gemacht? So, man geht jetzt hier erstmal durch. Wir könnten sagen, wir hätten hier drei Krallen, das wären sieben Damage. Wir haben aber auch diesen Wert und ganz wichtig ist, wir gucken auf diese Zahlen, die hier unten stehen, nämlich hier vier und fünf und es wird jetzt die Fähigkeit getriggert mit der höchsten Zahl, die wir erfüllen. So, das heißt, hier haben wir die erfüllt, aber das ist höher. Das heißt, die aktuell wäre es Lobo. Hier gehen wir weiter. Nicht erfüllt, also wir haben weder eine kleine noch eine große Straße. Wir haben auch nicht vier von einer Sorte, wir haben auch nicht drei von der Sorte. Das war das, auf das er abgezählt hat. Haben wir auch nicht. Das haben wir auch nicht. Das haben wir auch nicht. Das heißt, das ist der Angriff, den er diese Runde durchführen würde. Deal six, undefendable damage. Ziemlich einfache Sache. Also, immer merken, Würfelergebnis vergleichen mit den Zahlen hier unten und von der Karte, von der das Würfelergebnis passt, ja, also, oder irgendwie genutzt werden könnte, von der müsst ihr dann insgesamt diese Fähigkeit triggern. also einfach mal als Beispiel, wir hätten hier die Sonne und noch eine sechs gehabt, dann wäre es diese Fähigkeit gewesen, weil sie mit der sieben höher ist als hier die fünf, obwohl das wäre ja gar nicht dadurch getriggert worden. Aber ich denke, ihr versteht, wie es gemeint ist. Auf die höchste Zahl gucken und dieser Angriff wird dann durchgeführt. Hättet ihr jetzt eine Rollface Karte, müsstet ihr die jetzt noch mit abhandeln. So, was passiert jetzt in der Phase noch davor? Vielleicht ist das noch wichtig zu erwähnen. Beispielsweise, man hätte jetzt diese Karte gezogen, er hat nur ein CP. Dann wird dieser Effekt sozusagen nicht ausgeführt. CP wird um eins erhöht dafür, also die Karte wird sozusagen verkauft. Das Roll Objective bleibt aber, also das Ziel hier unten bleibt immer. Es kann nur sein, dass euch der Effekt darüber erspart bleibt. Jetzt wird das alles so abgehandelt, wie ihr es kennt. Also das Ziel ist der Held, der davor dran war, also der aktive Spieler. Das heißt, wir müssen auch kein Ziel ausmachen. Und, ja, wenn er sich verteidigen kann, kann er sich verteidigen. In dem Fall, wie wir es hier haben, kann er sich nicht verteidigen. Also den Schaden runternehmen, dabei daran denken, wir haben ja einen gemeinsamen Gesundheitstracker. Wir hatten ja hier drei schon durch die Karte und da nochmal sechs durch. Also, ups, wäre die Gesamtgesundheit jetzt bei 41 bei den Helden. Und so läuft der Bosskampf ab, hin und her. Jetzt wäre der nächste Spieler dran, hätte seine Kampfphase. Wichtig ist hier, das haben wir ganz vergessen mit hinzulegen, er hat ja hier zwei Kingshand-Token. Wenn er jetzt überhaupt nichts schaffen würde, also gar nichts triggern könnte, was wirklich sehr selten ist, dann könnte er seine Kingshand-Token nutzen oder halt auch dann, wenn wir eine Ultimate-Fähigkeit triggern, dann hat er auch die Möglichkeit, mit den Kingshand-Token diese zu verhindern. Und so gilt es am Ende. Wenn wir den Boss besiegt haben, gehen wir weiter, haben wir verloren, unsere Gesundheit ist auf null gefallen, dann wiederholen wir das Szenario, so lange, bis wir den Boss besiegt haben, um dann in den nächsten Portal Crawl übergehen zu können. Gut, ihr habt jetzt eigentlich alles erstmal gesehen, wie der Portal Crawl funktioniert, wie der Kampf gegen einen Boss funktioniert. Jetzt erkläre ich euch noch zum Abschluss, wie das Looting funktioniert und die Szenario-Auswertung. So, am Ende eines Szenarios könnte es so aussehen, wie ich euch das hier gerade darstelle. Wir haben hier wieder unseren Helden und unten haben wir links die grünen Loot-Karten, die blauen und hier lila. Eine goldene Legendary-Karte haben wir in diesem Szenario nicht bekommen. So, das ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass wir die Karten da drunter geschoben haben. So, und dann haben wir jetzt die Möglichkeit zu shoppen. Als erstes würden wir unseren Gold-Tracker nehmen von diesem Szenario und würden gucken, was der aktuelle Wert ist. Sagen wir mal, er wäre 31 und dann erhöhen wir diesen aufgerundet um den nächsten Fünfer-Schritt. Das heißt, in unserem Fall wären es 35 Gold, die wir dann zur Verfügung hätten. Dann gucken wir wieder auf unsere Szenario-Karte und schauen hier, wir haben gewonnen und dann steht dort Shop 3 Green Cards in 1 Blue. Das heißt, jeder Spieler würde jetzt, also pro Spieler, würden jetzt drei grüne Karten ausgegeben worden, bereits offen und eine blaue Karte. Ja, also die würden wir dann auslegen und die schaut man sich dann zusammen an. So, diese Karten, die wir jetzt hier sehen, diese könnten wir jetzt auch gleich im nächsten Schritt kaufen. Und zwar ist es so, grüne Karten kosten 10 Gold, 15 Gold kosten blaue Karten, 20 Gold kosten lila Karten und 25 Gold Legendary Karten. Dabei gilt, sind es Karten, die wir bereits in unserem Deck haben. Im ersten Video zu Dice Drones, also zum normalen Kampfmechanik, habe ich zum Beispiel diese Karte Vegas Baby. Die hat der Paladin halt in seinem Deck. Die gibt es auch hier. Dann könnten wir diese upgraden, müssten die andere dann aber entfernen und die Differenz müssten wir bezahlen. Wäre sie niedriger als die im Deck, das geht nämlich nicht, dann dürfen wir stattdessen eine neue ziehen. Also das ist die erste Möglichkeit, halt für diese Zahlenwerte hier zu kaufen, also das Gold zu investieren. Was passiert aber mit diesen verdeckten Karten? Denn dazu können wir hier auch nochmal in den Markt gucken. Ja, hier seht ihr auch nochmal die Preise, wie ich es euch eben gesagt habe. Ihr könnt Karten verkaufen und zwar aber nur die, denn die werden euch ja nur angeboten. Also diese, die offen ausliegen, könnt ihr nicht verkaufen und ihr könnt sie identifizieren, diese Karten hier. Das heißt, für 10 Gold, egal welcher Stufe, kann ich sie identifizieren. So dass man wahrscheinlich jetzt erstmal sagen würde, ach komm, für 25 identifizieren wir mal die Dealer-Karte. Oh, Tippet, Stufe 3, increase or decrease any die by the value of 1 or 2. Das ist schon nicht schlecht, also irgendeinen Würfel um 1 oder 2 erhöhen oder senken. Das ist eine sehr mächtige Karte. Im Normalspiel haben die meisten dieses Tippet ganz normal, da kannst du einen Würfelgolch um 1 verändern, also das ist schon ein cooles Upgrade. So, die identifizierte Karte für die 10 Gold darf dann sofort in dein Deck. Hier haben wir es dann immer so gespielt, von den Regeln her wird es jetzt nicht so genau gesagt, aber wir haben gesagt, hier spielen wir das einfach von einer Kooperation, also wer es ganz streng spielen will, der hat das nicht so. Da wäre es nämlich so, da wo die Karte drunter lag, dieser Held würde die Karte auch nur behalten können. Hier haben wir zumindest immer mal miteinander diskutiert und haben gesagt, ist es sinnvoll vielleicht, ob du die Karte kriegst. Ja, ist ja ein kooperatives Spiel, aber das war unsere Auslegung. Also hier wichtig, bei den identifizierten Karten oder bei denen, die erst nicht identifiziert sind, für 10 Gold identifiziert ihr sie und wenn ihr sie behalten wird, dürft ihr sie gerne dann aufnehmen. So, allgemein gilt dann, ihr könnt alle Karten, die unidentifiziert sind, für 5 Gold verkaufen oder auch alle Karten, die Lootkarten sind, in euer Deck reingekommen sind, könnt ihr für 5 Gold verkaufen. Also wenn ihr sie für 10 identifiziert habt, konntet sie in euer Deck aufnehmen, heißt es jetzt, ihr könnt sie halt für 5 wieder verkaufen. War dann ja kein so gutes Geschäft für euch, aber meistens lohnt es sich gerade hier, die oberen Karten sind schon wirklich cool und bringen euch viele Boni. Wichtig ist nur, und das ist jetzt so mein abschließender Gedanke zu dieser Marktphase, dass ihr nicht eure regulären Deckkarten verkaufen könnt, auch wenn ihr sie vielleicht doof findet. Ihr könnt sie rausnehmen, sodass ihr sie nicht mehr mit drin habt, aber ihr könnt sie nicht für Geld verkaufen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, und als allerletztes, wenn ihr jetzt mit all dieser Marktphase durch seid, euer Gold ausgegeben habt, dann nehmt ihr wieder dieses Szenario-Sheet raus, tragt ein, wie viel Sorfs sind noch über, wie viel Gold ist noch übrig. Ihr kriegt einen Punkt für jedes 5 Gold. Also es lohnt sich nicht, Gold aufzuheben, gebt es lieber aus. Ihr nehmt es nicht mit ins nächste Szenario. Dann Boss-Loot, bei den Bosskarten gibt es auch einen Loot. Das funktioniert aber ganz genauso, deshalb zeige ich es jetzt nicht noch mal. Haben wir alle Felder entdeckt, gibt es hier auch noch mal 5 oben drauf und dann habt ihr hier den Score und dann könnt ihr am Ende die Session mit eingeben. Szenario-Score sind die 20 Punkte, die man oben bei normal eingetragen hätte. So, und dann könnt ihr hier den Übertrag mit den Solve, mit wie viel startet ihr dann im nächsten Szenario. Nur am Anfang sind die 2 vorgegeben. So, das ist Dice Throne Adventures. Ich hoffe, ich konnte alle wichtigen Sachen euch zeigen. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne damit in die Kommentare. kommen wir jetzt zum wichtigsten Teil, in meinen Augen, nämlich den Stärken und Schwächen von Dice Throne Adventures. Nachdem ich es wirklich intensiv gespielt habe, möchte ich euch sagen, was mir gefallen hat und wo ich Probleme bei dem Spiel sehe. So, kommen wir also zur Auswertung von Dice Throne Adventures und ich glaube, ihr habt schon gemerkt, wenn ihr euch jetzt beide Videos angeschaut habt, da gibt es einiges, über das man reden sollte beziehungsweise über das man reden muss aus meiner Sicht. Fangen wir bei den Stärken an, so wie wir das normalerweise halt auch kennen. Eine große Stärke von Dice Throne Adventures und Dice Throne, ich nehme das jetzt mal so alles zusammen, weil Adventures ist ja ohne Dice Throne die Normalversion nicht denkbar, ist die Ausstattung. Die Ausstattung ist hervorragend, das Material ist toll mit den Trays, alles hat seinen Platz. Natürlich kann man sagen, ist alles eine ganz teure Nummer, ja, also das Spiel ist auf jeden Fall nicht günstig, aber man hat sich hier wirklich Gedanken gemacht bei der Produktion dieses Spiels, auch bei den Trays und ich finde es super, auch vom Aufbau her, dadurch sehr schnell, man holt diese Boxen raus, die Würfel sind da gleich mit dabei, die Karten sind mit dabei, die Gefahr, je groß was zu durchmischen, ist eigentlich nicht da und das ist wirklich schön gelöst und ja, allgemein kann man auch sagen, wir haben eine hohe Modularität bei dem Spiel, dadurch, dass es wirklich sehr viele verschiedene Stufe 1, 2, 3 Monster gibt, bei 4 sind es vielleicht ein bisschen wenig, durch die Promos geht das dann noch so ein bisschen, aber ist auch vollkommen ausreichend, weil man ja nicht so häufig gegen diese 4er Monster spielt und da dann ja auch dann eine gewisse Taktik und so benötigt, also das finde ich von der Sache her okay, aber wir haben viele Plättchen auch für die Orte, da ist viel Abwechslung gegeben und wird einem wirklich viel mitgebracht, ihr habt ja auch gesehen, die Box ist randvoll, also viel mehr wäre nicht gegangen und die Box ist riesig, sie ist schwer. Was ich auch sehr schön finde, ist das Artwork, das ist wirklich sehr gelungen, es ist stimmig in sich, auch durch das ganze Spiel gezogen, die Charaktere sind schön gezeichnet, das ist wirklich gut gemacht. Was man auch klar loben muss, ist ein logisches und intuitives Regelwerk, ich denke, das ist auch deutlich geworden, wenn ihr euch das Regelvideo angeschaut habt, es gibt nicht allzu viele Sonderfälle, ist relativ logisch alles, das Einzige, was vielleicht ein bisschen komplizierter ist, ist jetzt allgemein von Dice Throne, was ist Undefendable Damage, etc., aber da kann man immer wieder schnell in die Tabelle gucken, auch die ganzen Plättchen, es gibt total viele, ganz verschiedene Statusseite, das heißt, die Helden spielen sich auch alle total anders, ich habe zwar die Hauptkampagne jetzt mit dem Paladin gespielt, aber dann noch ein paar Einzelspiele mit anderen Helden gespielt, die spielen sich anders, gerade die, die dann auch so Companions mit dabei haben, aber das hatte ich auch bei meinem Kumpel und mir, der Pyromaner, super aggressiver Charakter, hat aber keine richtige Defense, also seine Defense besteht daraus, dass er den anderen nochmal Schaden zufügt, der Paladin hingegen hat schon die Möglichkeit, relativ viel Schaden abzuwehren, kann auch ein bisschen Schaden machen, aber vor allem abzuwehren und da merkt man schon, die Charaktere spielen sich anders, brauchen dadurch auch eine unterschiedliche Taktik in einer gewissen Weise und das schafft dieses Spiel wirklich schön abwechselnd zu schaffen, vor allem wenn ihr Season 1 und Season 2 habt, aber ganz ehrlich, eine Season reicht eigentlich auch, das sind acht Helden und ich würde jetzt auch bei Dice Throne Adventures sagen, dass der Sweetspot wirklich bei zwei Spielern liegt in Summe, da habt ihr dann wirklich genug Widerspielbarkeit, aber natürlich mehr ist immer cool und die Helden sind halt wirklich unterschiedlich. Was ich auch cool finde in dem Kampagnen-System, ist eine schöne Idee, diesen Aspekt aus Computerspielen, dass wir Gegenstände identifizieren müssen erst, das finde ich ganz nett umgesetzt und ganz witzig, da hat man auch so einen gewissen Spannungseffekt ganz am Ende der Szenarien, welche Karten kauft man, denn man hat eigentlich immer, man hat Gold, aber nicht so viel, dass man alles kaufen kann, sodass man schon entscheiden muss, okay, welche Karten decken wir jetzt auf und natürlich nimmt man meistens die vermeintlich besseren, bei teureren Legendary Epics, aber ja, da gibt es dann auch schon wieder so Absprachen und das ist ganz spannend gemacht und schön umgesetzt von diesen Computerspielen wie Diablo zum Beispiel, dass man diese Gegenstände identifizieren muss. Gut, das zu den Stärken dieses Spiels. Vielleicht eine letzte Sache, die man noch mit reinnehmen könnte, wäre, dass sie diese Kniffelmechanik, die vielen Menschen bekannt ist, auf ein Thema einsetzt, wo ich zumindest beim Spiel nicht mehr das Gefühl hatte, Kniffel eigentlich von seiner Mechanik her zu spielen, sondern schon das irgendwie thematisch umgesetzt fühlte und auch diese Möglichkeit des Einsatzes von Karten funktioniert wirklich gut in diesem Spiel, aber, und da kommen wir jetzt zu den Schwächen, das sind ja Dinge, die jetzt grundsätzlich eigentlich auch für das normale Dice Throne gelten und ich will ja hier Dice Throne Adventures bewerten und da kommen jetzt für mich die Schwächen ins Spiel, denn ich finde, man merkt an ganz vielen Stellen in diesem Spiel, das Spiel hat mir Spaß gemacht, absolut, wir haben das gespielt und es hat mir Spaß gemacht, aber an ganz vielen Stellen saßen wir da und haben gesagt, boah, hier wird so viel Potenzial verschenkt, dieses Spiel könnte noch so viel geiler sein können und man hätte gar nicht so viel anders machen müssen, in meinen Augen, um das besser zu machen. Ich spreche mal diese einzelnen Punkte an, die mich ja stören und wo ich das Gefühl habe, das könnte einige Leute stören, die sich dieses Spiel holen, denn das Spiel ist nicht nur ein überteuertes Kniffel, was manche kritisieren, das wäre zu kurz gefasst, aber es ist ein stolzer Preis, den man dafür bezahlt und dafür bekommt man in meinen Augen nicht so viel Abwechslung, wie man sich wünschen würde, denn ein Kritikpunkt, den ich gleich hier am Anfang mit sage, ist, wir haben immer wieder die gleiche Aufgabe. Die Szenarien sind immer wieder gleich, entweder wir versuchen, diese drei Stücken zu finden, um das Portal zu öffnen, im Portal Crawl, oder wir müssen einen Boss besiegen und nur die Grundvoraussetzungen, also mit wie viel Gesundheit, wie viel Sorfs oder was auch immer, das ändert sich, aber alles andere bleibt gleich, wir haben keine Szenarien, keine Geschichte oder was auch immer, was hier irgendwie geboten wird und das hätte man eigentlich recht einfach mal ändern können, und dass es ein bisschen Abwechslung gibt zwischen diesen Szenarien. Das Einzige, was sich unterscheidet mit diesen vier verschiedenen Szenarienkarten pro Stufe, ist der Aufbau. Das ist die große Abwandlung. Dazu kommt, die Portal Crawls sind unnötig lang. Also es ist schwierig, die unter zwei Stunden zu schaffen. Vielleicht schafft man das, aber da muss man sich schon wirklich selber eilen und ich finde sie auf Dauer dann einfach langweilig, weil nichts passiert. Sie sind auch einfach nur, sie wirken total aufgesetzt, weil dieses Umherraum einfach von einem unentdeckten Raum zum nächsten unentdeckten Raum, egal wie viele entdeckte Räume dazwischen sind, solange dort kein Kampf ist, kann ich diese Felder nicht betreten. Das wirkt super unthematisch und ich habe mich ganz oft gefragt, wozu haben wir jetzt eigentlich diese Karte aufgedeckt hier? Also diese Karte, diese Teils ausgelegt. Das ist wirklich in meinen Augen total aufgesetzt und ist eine unnötige Inszenierung. Ja, und wenn wir über verschenktes Potenzial reden, dann fällt mir als allererstes das Loot-System ein. Du hast diese Loot-Karten. Es war das geil, als ich diese Sachen ausgepackt habe. Die Karten sahen, boah, sind das viele Loot-Karten. Geil, so viele verschiedene Stufen. Ja, aber diese Loot-Karten sind in meinen Augen in großen Teilen viel zu schwach. Es sind einfach einfache Verbesserungen eurer bestehenden Deckkarten. Und jetzt kommt der ganz wichtige Punkt und hier verschenkt dieses Spiel ganz, 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 ganz viel. Wir haben keine Upgrades für die Helden. Das Geilste in den Decks sind diese Upgrades. Ja, habt ihr ja auch gesehen, wie ich da unten die Fähigkeit von Paladin durch die Karten auf Stufe 2 und dann auf Stufe 3 geupgradet habe, die dann signifikant stärker wurden. Ja, ein weiterer Würfel dazu, mehr Schaden etc. So, und das habt ihr dort bei ganz, ganz vielen verschiedenen Upgrade-Karten. Aber in den Loot-Karten gibt es keine Upgrade-Karten, weil die Loot-Karten sind allgemeine Karten, die in das Deck von jedem Helden passen. Und hier hätte man in meinen Augen die Helden nicht gleich mit diesen ganzen Upgrades starten lassen. Oder man hätte gesagt, dass man manche Upgrades, oder man hätte diese Upgrades drin gehabt und dann eine Stufe 4 oder 5, also höhere Upgrades noch, hätte man sich über den Loot durch eine Charakterentwicklung besorgen können. Wir haben nämlich nur den Loot. Wir haben keine richtige Charakterentwicklung, sondern nur diese Loot-Karten, die dann halt so was wie Vegas Baby verbessern. Das war noch mehr CP kriegen oder was auch immer. Aber das fühlt sich für mich nicht wirklich wie eine wirkliche Progression unseres Charakters an. Und das ist so schade, denn eigentlich identifiziert man sich ja mit seinem Charakter, weil die sich ja schon so unterschiedlich spielen. Ja, natürlich wäre das mehr Aufwand gewesen. Ja, da hätte man diese Loot-Karten noch ein bisschen an die Decks anpassen müssen. Aber ganz ehrlich, dann hättest du irgendwie acht Karten gemacht. Ja, also für jede dieser Fähigkeiten, die man da abgedruckt hat, noch mal eine neue Karte. Ganz ehrlich, pro Charakter, das sind da am Ende keine Kosten und hätte ein viel motivierenderes Looting-System gehabt. Weil so kriege ich irgendwelche Random-Karten, ja, ob die mir jetzt helfen oder nicht. Also ganz häufig wussten wir gar nicht, was wir kaufen sollen, weil wir die nicht stark fanden. Und da sieht man halt auch einen Punkt, ich fand jetzt nicht, dass mein Deck, als ich am Ende in dem achten Szenario gegen die Mad King gespielt habe, so viel stärker war, als das im ersten Szenario war. Weil diese Upgrade-Karten waren ja vorher schon drin. Das Glück liegt eher daran, diese Karten dann zu bekommen. Das heißt, teilweise haben die Upgrade-Karten natürlich auch unseren Decken ein bisschen verstopft, dass es länger gedauert hat, durch das Deck zu kommen. Das ist eigentlich irgendwie komisch. Das hatte ich noch nie in dem Spiel, dass ich wirklich nicht das Gefühl hatte in Szenario 8, dass ich nicht wirklich stärker geworden bin. Ich habe das Spiel besser gelernt, ja. Ich habe gelernt, gezielter die Fähigkeiten und so einzusetzen. Ja, das habe ich. Und deshalb war ich dann wahrscheinlich besser. Aber das lag ja jetzt persönlich an mir, an meiner Entwicklung mit dem Spiel, aber mein Charakter selber ist nicht wirklich stärker geworden. Was ich auch sehr schade finde, ist, man merkt diesen Spiel an ganz vielen Stellen an, dass es ein kompetitives Spiel ist, was konzipiert wurde und am Ende dieses Kooperative neu entwickelt, draufgesetzt wurde, ohne grundlegend an den Regeln zu arbeiten, was ja eigentlich gut ist, weil niemand, der das kompetitive Spiel kann, kann sofort in das Kooperative einsteigen. Aber man merkt dem Spiel an, an vielen Stellen, dass es einfach viel zu wenig Kooperationen gibt. Die Karten, die wir haben, sind ja eigentlich auch die normalen Karten, die wir im Duell Mensch gegen Mensch haben und viel zu wenig dieser Karten buffen irgendwie meinen Mitspieler, also geben ihm irgendwas, sondern sie geben mir was. Also dieser Aspekt der Kooperation ist hier sehr gering. Das zeigt sich in meinen Augen vor allem im Portal Crawl. Im Bosskampf ist das ein bisschen anders, weil im Bosskampf teilen wir uns den Gesundheitstracker. Ja, und da können wir ja diesen Gesundheitspool uns teilen, kann ich als Paar, wenn ich mich heile, also uns heilen. Also da hätte man auch dann doch ein paar Karten anpassen müssen, aber natürlich, das hätte vorausgesetzt, dass man da wirklich nochmal richtig an jeden Charakter rangeht und Karten ändert für den kooperativen Aspekt. Ich kann das gewissermaßen verstehen, warum sie das nicht gemacht haben, aber wie gesagt, verschenktes Potenzial dieses Spiel könnte noch viel besser, viel kooperativer sein, als es jetzt der Fall ist. Also wenn man das kooperative Flair dieses Spiels haben will, in seinem größten Ausmaß, was das Spiel bietet, dann die Bosskämpfe, aber da komme ich gleich nochmal zu den Bosskämpfen allein. Ja, und das ist auch so etwas, mir fehlt in diesem Spiel so ein episches Hin und Her, ja, mit Comeback-Qualitäten. Wenn ich Spiele nehme wie ein Hero Realms, ist ein Kartenspiel ohne Frage, aber auch so Magic und so. Also das sind aber auch Kampfspiele gegen einen anderen. Wenn ich ein Hero Realms nehme und auch gegen die KI-Spiele, gab es schon so viele Spiele, wo es für mich richtig schlecht aussah, dann habe ich die richtigen Karten gezogen und bam, kam der Comeback. Ich habe mich nochmal rausgeheilt, was auch immer. Der Paladin ist ja jetzt eigentlich noch einer von den Charakteren, der eine relativ häufige Heilfunktion hat. So, dann würfelst du da mal irgendwie so eine Heilfähigkeit, dann heilst du um zwei oder drei Gesundheit. Ihr habt gesehen, so ein Standardangriff haut einfach mal schon fünf bis zehn Schaden raus. Was sind da zwei oder drei Heilen? Also das meiste Heilen findet über diese Salben statt. Und das heißt, eigentlich geht es hier immer nur Angriff, 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 so schnell wie möglich den Gegner runterhauen. Und gar nicht, also ich bin gar nicht in Versuchung gekommen, eigentlich meine Heilfähigkeiten einzusetzen, weil die mir in Summe nicht so viel bringen. Die habe ich nur genommen, wenn die Würfel mir nichts anderes dargegeben haben. Und da kommen wir zum nächsten Problem, was ich hier sehe. Ich habe dort eine passive Fähigkeit, eine Defensive Fähigkeit und sechs Angriff Fähigkeiten plus das Ultimate. Gut, Ultimate ist super selten, aber ganz ehrlich, ihr habt unten gesehen diesen, diese Righteous Attack, ja, das ist der Angriff, den ich eigentlich so gut wie immer genommen habe. Den schaffst du relativ häufig. Auf den Paladin Würfeln sind die Schwerter und Schilde am häufigsten drauf und dadurch schafft man das halt ziemlich häufig und dadurch nimmst du diesen Angriff, weil der halt auch nicht schlecht ist. Hast fünf Schaden so raus, hast du den noch gebufft, hast nochmal mit drei Waufeln, hafst du drauf, viel mehr kriegst du mit dem Paladin nicht raus. Die anderen Fähigkeiten, gerade die auf der rechten Seite, die kleine Straße, große Straße, bei der großen Straße heizt du dich, glaube ich, um zwei und machst acht Schaden, Defendible Schaden, ja. Erstmal diese große Straße wirfen ist viel anspruchsvoller eigentlich als ja diese Kombination da drüben mit den, mit den Schwertern und den Helm. Und ähnlich war es bei meinem Kombi mit dem Pyromanen. Der hat effektiv zwei Fähigkeiten. Du nutzt auch die auf der linken Seite und bei den anderen Charakteren war das ganz häufig auch so und das ist mega schade. Ja, und da kommt vielleicht auch diese Knittelmechanik gewissermaßen ein bisschen an ihre Grenzen, dass bestimmte Kombinationen halt super selten sind und da müsste dann der Effekt deutlich höher sein, um das wirklich zu machen. Ich kenne es jetzt nämlich nicht aus dem Mensch-gegen-Mensch-Duell, aber ich wüsste jetzt nicht, warum ich da das wirklich anders spielen sollte. Also so geil der Charakter aussieht und so geil man diese ganzen Fähigkeiten sieht, das macht man hier das. Nee, eigentlich effektiv nimmt man zwei bis drei Fähigkeiten, den Rest nutzt man eigentlich nur, wenn es ganz, ganz dumm läuft mit dem Gewürfel. Aber das ist ja eigentlich dann keine taktische Tiefe, wenn ich das nur nehme, wenn es halt dumm gelaufen ist. So, was ich dem Spiel auch so ein bisschen vorwerfe, was ich schade finde und das Spiel weiß da in meinen Augen auch nicht so richtig, wo seine Stärke liegt. Die Portal Crawls sind es auf jeden Fall nicht, habe ich schon gesagt, die finde ich langweilig. Die Bosskämpfe sind eigentlich ziemlich geil und die machen richtig Bock, nur ein bisschen mehr hin und her, ja, dass man sich höre halt, wäre cool, aber trotzdem machen die Spaß, weil da die Kooperation halt hoch ist. Aber es gibt keine One-Shots, also es ist nicht vorgesehen, irgendwelche One-Shots gegen diese Bosse zu spielen. Man kann das natürlich theoretisch machen, weil man ja in meinen Augen nicht wirklich signifikant stärker wird durch die Lootkarten, kann man einfach sagen, okay, wir nehmen unser Deck und dann hauen wir mal da auf den Boss drauf, kann man an sich machen. Die Bosse sind auch wirklich nicht schlecht, weil sie unterschiedliche Taktiken teilweise schon, obwohl Taktiken ist eigentlich nicht das richtige Wort, nein, es definiert sich ja darum, was sie durch ihre Fähigkeitenkarten dann halt triggern, ja, denn eigentlich ist es nach wie vor, drauf, 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 so schnell wie möglich töten, töten, töten. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, oh nee, greif mal lieber die Runde nicht an, heile uns mal mit deiner super coolen Fähigkeit, weil ich heile mich dann um drei. Nein, mache ich nicht, sondern wir müssen jetzt versuchen, ihn schneller runter zu kloppen, als er uns runter kloppt. Das finde ich schade. Also was geil funktioniert, ist halt über die Karten, dass wir ja seine Würfel manipulieren oder er unsere Sachen manipuliert, er durch den Einsatz von seinen Fähigkeitskraften, das funktioniert eigentlich ganz cool, aber über die Würfel, da es zu wenig Heilfunktionen gibt, passiert da eigentlich nicht so viel. Ja, und in Summe kann man einfach sagen, One-Shots wären cool gewesen, wenn man da auch so ein bisschen Szenario drum gebaut hätte und dann wäre es auch nicht so, dass wir eigentlich nicht immer die gleiche Taktik in den Puddle Crawls anwenden. In den Puddle Crawls gehst du halt, du machst erst die ganzen Einser, dann machst du die Zweier, dann machst du die Dreier und die Vier. Das ist es, ja. Und ja, hier wird ganz, ganz viel verschenkt. Das heißt, in Summe, wenn ich jetzt so ein Endfazit ziehen muss zu Dice Throne Adventures, muss ich sagen, ja, ich hatte Spaß mit dem Spiel und es ist echt ein Hingucker. Toll ist, wie schnell es auf den Tisch kommt, weil alles schön in den Traces ist und die Traces man sofort mit ins Spiel einbinden kann. Das haben sie wirklich toll gemacht, ja. Aber ich ärgere mich an so vielen Stellen über verschenktes Potenzial. Dieses Spiel hätte noch so viel besser sein können. Und hier muss ich dann am Ende sagen, bald wird es ein Video dann auch von mir dazu geben, zu spielen mit Kniffelmechaniken, also mit vorwiegend Würfelmechanik im Vordergrund. Und da muss ich sagen, da gibt es auf dem Markt in meinen Augen andere Spiele, die erheblich günstiger sind und wo ich dann mit den Erweiterungen erheblich mehr Mechanik und Abwechslung bekomme. Also wenn ich da an ein älteres Zeichen denke, an ein D-Day Dice, an ein Reckoners, ja, und dieses Spiel hier, es bringt dieses Duell-Feeling rüber. Das macht es in den One-Shots, aber halt zu wenig und mit zu wenig Abwechslung. Und vielleicht werden sie sich nochmal darauf konzentrieren, wenn sie eine neue Kampagne machen. Und ich hoffe, dass sie sich dann auf diese One-Shots konzentrieren, denn da ist noch richtig viel rauszuholen und Szenarien, nicht diese langweiligen Porto-Calls, die einfach mega aufgesetzt wirken. Ja, das waren meine Gedanken zu Dice-Stroms Adventures. Wenn es jetzt in der Spiele-Schmiede kommen sollte, mit dieser kooperativen Erweiterung, was ich wirklich denke, weil die normale Dice-Strom-Kampagne lief wirklich gut, dann überlegt es euch gut, ob es was für euch ist. Ja, das Spiel funktioniert. Das Spiel funktioniert von seinen Regeln. Da sehe ich überhaupt keine Probleme. Das kann man denen nicht vorwerfen. Aber an manchen Stellen wirkt es für mich dann einfach ereignisarm. Und ihr solltet wissen, was ihr am Ende kauft, denn dafür ist es ein kostspieliges, teures Spiel. Aber es ist viel mehr, und das möchte ich hier nochmal betonen, als ein teures Kniffel. In diesem Sinne, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.